In Mörs am Niederrhein ist heute früh ein Schüler, 13 Jahre alt, auf der Straße niedergestochen worden. Der Junge war laut Polizei gegen halb acht in der Innenstadt unterwegs, als er von einem oder mehreren Unbekannten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde. Er konnte sich nach dem Angriff noch zurück nach Hause schleppen, dort brach er zusammen. Warum es zu diesem Angriff kam, das ist bisher noch unklar. Der oder die Täter, die konnten flüchten.